Heute müssen wir aus Boogies Gefängnis entkommen. Dort haben wir viele verschiedene Challenges, die wir meistern müssen. Können wir alles schaffen und in die Freiheit gelangen? Los geht's! Kaspar, was machst du da in der Toilette? Ich hab meinen Fuß irgendwie, der hängt da drin fest. Du musst mal ziehen. Wie? Was? Warum das denn? Du musst angeziehen am Arm. Ja, warte doch ein Stück. Ja! Oh Gott, wir sind ja eingesperrt im Gefängnis. Nein. Ey, raus! Warte mal, ich hab vielleicht eine Schlüssel auf Tasche. Warte mal. Ja, guck mal, ob du einen Schlüssel hast. Hast du den? Und... Oh, der passt nicht. Ist da einer? Nein? Okay, warte, dann müssen wir einen anderen Weg finden. Ich seh schon, wo wir lang gehen können. Hier oben, ne? Pass auf, da ist so Schleim aus und sowas. Da musst du aufpassen. Was ist das denn da? So Säureschleim oder was? Wir können durchgehen, glaube ich. Oh, sehr gut. Oh, hier kommen raus, raus, raus. Und, warte mal, hier zeigt uns sogar ein Pfeil, dass wir nach rechts gehen sollen. Das glaube ich nicht. Das ist locker fake, oder nicht? Also... Ein Abzeichen! Also, hä, warte mal. Wo können wir da runtergehen? Hä? Hä? Was? In eine andere Zelle. Was? In die Nachbarzelle gerade. Aber ich muss schon sagen, ich bin ein bisschen verwirrt, dass wir so leicht in so einen Lüftschlag gehen können, wo sogar Pfeile sind. Von da kamen wir her. Ja, stimmt. Ich gucke gerade mal. Hier ist ein Abzeichen. Also, ey, wir sind doch von da gekommen. Dann war es von da gekommen. Ja. Oh Gott, guck mal, hier war... Hier ist jemand schon davor gekommen, ne? Hat jemand schon... Ist aufgeworfen. Hä? Was ist denn das da hinten? Siehst du den? Diesen Polizeiwärter da? Ja, der ist direkt vor mir. Hä? Läuft das so schnell? Ich laufe jetzt schnell. Ah! Oh mein Gott, er hat es gesehen! Der kommt mit seinem Popel. Lauf schnell die Treppe hoch, Kaspar. Oh nein, der kriegt nicht. Du musst die Treppe hochlaufen, beilig. Scheiße, ich weiß, ich laufe schon, ich laufe schon. Ab da, lass mich in Ruhe! Ne, okay, er kommt nicht mit hoch. Okay. Haben wir noch mal Glück gehabt? Wo müssen wir jetzt hin? In welche Zelle müssen wir jetzt reingenommen? Block A. Hierzu mit Lüftungsstaat im zweiten Stock. Ey, hier waren wir doch eben drin. Oh mein Gott! Oh nein. Oh, ich bin so schlecht. Oh, jetzt kommt Bobby wieder, ne? Oh nein! Bobby! Ich mach's doch nur gut mit dir! Ich suche gerade, ob ich hier irgendwo die richtige Zelle... Ah, hier! Okay, hier ist der Lüftungsschacht. Trieb mal hier und zack! Okay, jetzt muss man nämlich hier durchgehen. In den zweiten... Oh Gott, ich dachte gerade... In den zweiten Lüftungsschacht. Hier lang, ja, okay. Lol! Wo sind wir denn jetzt? Okay, warte. Oh mein Gott! Wind, Wind, Wind! Wind, Wind, Wind! Oh mein Gott! Wow! Achtung! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir müssen nach oben hier, ne? Guck mal, ist schon Schleim hier! Oder sind das Popeln? Das könnte auch Popeln sein, aber es muss... Nein, das ist... Wie sieht das hier aus? Schleim, Schleim. Aber wie sieht das hier aus? Er sieht schon echt sehr verrückt aus. Das ist, glaube ich, eines der verrücktesten Gefängnisse, die wir jemals gesehen haben. Ja, das sieht gruselig vor allem auch aus. Was ist das für ein Hebel? Hier, warte mal, dann kommen wir, ziehen wir mal dran. Und los! Okay, und jetzt? Das sieht jetzt... Yo! Und dann können wir ja mal rübergehen mit so einer Brücke. Das ist ja, wenn man sich geschafft hat. Und wieder in der nächsten Lüftungsschacht, oder was? Ja, und jetzt gibt's hier... Hol dir ein Getränk für einen Geschwindigteitsschuh. Okay, und yeah! Wow! Wow! Okay, ich bin ein bisschen schneller. Gar nicht so schnell, wie ich dachte. Ja, ja, gar nicht mal so schnell, ne? Ja, okay. Oh! Achtung, Kaspar! Oh, pass auf an die giftigen Dämpfe! Ui! Oh mein Gott! Okay, weiter, weiter. Wir werden immer schneller gefühlt, ne? Wow! Oh mein Gott! Ohohoho! Nein! Bist du runtergefallen, oder was? Ich bin ein vorbeigesprungen, ja. Oh! Oh nein! Oh, ich bin auch doof gegangen. Das kann man nicht sagen, jetzt. So, diesmal schau ich es aber auch. Ehm, Micha, ich bin nur um die Kurve hängen geblieben. Ah! Um die Kurve hängen geblieben? Wie kann man denn hier hängen bleiben? Ja, ich bin irgendwie so doof hängen geblieben, einfach. Okay, warte, ich bin direkt hinter dir. So, und das ist das Ende. Und Sprung! Yes! Zack, ja! Sehr gut. Okay, hier kann ich rein. Wie groß ein Ventilator eigentlich ist, ne? Ja, aber es ist, glaube ich, ein extra Ventilator. Das ist, glaube ich, nicht so groß. Okay, jetzt sind wir hier weiter im Lüftungsschacht, Kaspar. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht genau, ob wir jetzt hier rauskommen. Die Verhör... Ne, warte mal, die Telefonzelle. Okay, warte, bleib du mal da. Bleib du mal da. Bleib du mal da. Wir müssen mal ein Telefonat führen. Ja, ja, genau. Eigentlich müssen wir... Okay, warte. Nein, man kann da gar nicht durch. Oh, warte mal. Oh, anrufen und BAM! Ich mache ja gerade ein paar Gläser kaputt. Ja, los, durch hier. Ja, ich habe ein paar kaputt gemacht. Oh mein Gott, da ist der. Wo ist der? Oh, er hat uns gesehen. Nein, oh mein Gott, er rennt. Er folgt mich auch, er folgt mich auch. Okay, ich bin jetzt rechts rumgelaufen. Lieder den Schlüssel, wir müssen Lieder den Schlüssel finden. Lieder den Schlüssel zur Bibliothek und öffne die Tür. Oh, oh, sag mal bitte, er ist hinten rechts hier. Oh nein, wo ist der Schlüssel? Oh nein, ey, ich hänge fest. Oh, wo ist der Schlüssel? Da, hier ist ein blauer. Ist das der, Lila? Das ist der, das ist der, das ist der, das ist der. Oh, bitte sag jetzt nicht, Bobby kommt. Ist der, die Tür, du haust dich mir auch ganz gut. Oh, oh. Oh, warte, warte, warte. Hier siehst du den Schlüssel, den ich habe in Hand? Ja, ich habe, warte mal, wo bist du? Ich laufe halt außen rum, damit Bobby mich nicht kriegt. Okay, ich glaube, es ist hier eine schöne kleine Abkürzung. Ich glaube, das sollte der Schlüssel sein. Er sieht einfach ein bisschen blau aus. Ich hoffe, das ist auch die richtige Farbe. Ich würde auch sagen, dass der eher blau ist und nicht wieder. Aber, ja, hat geklappt. Okay, alles gut. Ich bin, ich bin in der Bibliothek, ich sehe dich. Du schaffst es, Kaspar. Ich schaffe es auch hier. Ich schlaube an dich. Ich schlaube an dich. Ich schlaube an dich. Und ausschließen, ja. Sehr gut. Ich habe meinen behalten, du dann auch? Ja. Was ist das hier unten? Vielleicht brauchen wir den später noch. Oh. Hä? Hebel? Ein Hebel. Und jetzt? Oh. Sag jetzt nicht. Oh mein Gott. Ein Geheimgang. Ein geheimer Tunnel. Alter, wo geht denn das jetzt hin? Yo. Der ist sogar beleuchtet. Das heißt, das ist irgendwas von den Gefängniswärtern hier oder so. Oder noch größere Mächte stecken dahinter. Oh mein Gott. Okay, das ist ein bisschen älter als das, was ich dachte. Ich glaube. Warte mal. Ich bin ganz zerrostet, die Äxte. Oh mein Gott, war es knapp. Ganz vorsichtig, Kaspar. Au. Wie du gesagt, ganz vorsichtig. Ja, Mann, sag mal. Ich dachte, ich schaffe das. Hier sind Hebel. Hier sind jeweils zwei Hebel. Warte mal. Ich drücke mal den ein. Mal gucken, was passiert. Ja. Oh Gott. Rüber hier. Und Hebel, jawohl. Und warte vorsichtig jetzt hier. Und gehen. Ja. Oh mein Gott. Rüber hier. Okay. So. Und zack. Okay. Ich habe auf jeden Fall. Warte mal. Geht das Feuer jetzt weg? Oder was? Das Feuer geht ja gar nicht weg. Der hört ja gar nicht auf zu speien. Warte. Tor? Hä? Oder? Zieh den Hebel, um das Tor zu öffnen. Dahinten ist das Tor offen. Aber der hört nicht auf zu speien, der Feuer. Der Drache. Zeig dir, wie ein Profi das macht. Oh mein Gott. Okay. Aber das muss man riskieren. Ja. Heiß. War echt heiß. Oh mein Gott. Ich habe ein bisschen Leben abgezogen bekommen. Bist du echt ein bisschen Leben verloren. Ich nicht. Okay, dann geht es hier schön über diese Holzdinger rüber. Sehr gut. Oh Gott, der heiße Weg hier. Ey, bloß sie auf so einen Spieß aufgespießt werden, ne? Oh, das will ich nicht. Einfach Schaschlik. Das wäre... Oh. Okay, jetzt wäre es schön. Ja. Ja. Sehr gut. Oh. Alter, die habe ich gar nicht gesehen eben, die Toren. Oh. Kurz warten, bis die weg sind. Jetzt. Oh Gott, die kommen direkt wieder welche. Und jetzt wieder laufen. Ja. Ja, schnell, die sind runtergefahren. Schnell. Ja. Und auch direkt an der Achse vorbei hier. Ja. Oh, warte. Das Tor geht nicht runter, oder? Nein. Nee, alles gut. Okay, ab geht es nach oben, Kaspar. Wuhu. Ab geht es nach oben. Oh, oh. Oh nein. Das sieht brüchig aus. Nein. Oh, oh. Ich höre es schon, wie die kaputt gehen. Nicht nebenbleiben, nicht nebenbleiben. Ich sehe es auch. Alter. Oh mein Gott, das ist kurz in der die kaputt gegangen, alles. Ich weiß. Nein. Hier ist Bobby. Was ist los? Oh, da ist er, da ist er. Hebel, 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 Hebel. Hier, Hebel. Geheim Hebel. Ist er bei dir, oder was? Ja, ja, habe ich ihn schon. Oh mein Gott, Bobby kommt. Als ob der da ist, als ob der, nein, ich habe Bobby mit seinem Popel geholt. Ah, hier ist der Hebel. Okay, okay, gut zu wissen. Jetzt musst du doch aufkommen, schnell. Bobby. Schnell. Schmeiß mich. Oh, oh. Er streckt hinter mir. Und ich höre hoch, ich höre hoch. Ja. Alter, warte doch auf mich. Ja, ich komme, sie zu. Ab nach oben. Okay, sorry, zu. Bobby ist weg. Ich dachte gerade schon, ne? Oh, ich bin ganz oben, ne? Und, oh mein Gott. Ich komme gerade, weil du dich gewartet hast. Hey, das Ding fällt wieder runter. Nein. Was ist das denn? Hey, hier ist ein Abzeichen, das ich tun kann. Das ist ja cool. Was für ein Abzeichen? Hier oben, wenn du oben bist. Ja, Zehner. Du musst hier die Fackel umdrehen. Mach. Ja, wahrscheinlich. Genau, mit die Fackel umdrehen. Du kannst hier eh drücken. Du kannst hier eh drücken. Ja, dann nicht. Wahrscheinlich. Weigefallen. Oh mein Gott, pass auf. Du bist so sauer jetzt. Wie sind wir so schnell? Ich greife mit dem Huhn. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich kann das kürzen. Huhn. Vielleicht auch. Los. Huhn. 70. 60. Oh mein Gott. Hau ab da, du Bobby, du. Lass in Ruhe, Bobby. Los, schmeiß das Hähnchen auf ihn. 20. Und bam. 10. Boom. Bobby Puppelauge. Oh mein Gott. Wow. Das ist ja implodiert. Aber der hat sich komplett aufgelöst. Okay, sehr gut. Das Hühnchen ist ja richtig cool. Okay, weiter geht es jetzt hier mit den fetten Lasern. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ganz vorsichtig machen wir es jetzt hier. Oh nein. Ich wurde zerlasert. Okay, ganz entspannt. Alles hier geschafft. Alles cool. Sehr gut. Alles easy peasy, Kasper. Ja, eigentlich ist es auch ziemlich leicht, muss ich sagen. Ja, ja. Sogar Anfänger. Ja, aber hier geht es noch weiter, ne? Noch gar kein Checkpoint. Hier geht es noch weiter. Oh, ach so. Wenn du die Holzbretter... Oh, die ab... Ja. Oh, die Planken. Das heißt, die Lütze runtergegeben. Ach so, Luz, aber auch die Holzbretter. Nein, schade. Hier, ne? Wann sagen wir das? Ablegen jetzt? Was wolltest du machen? Ich wollte rüberspringen. Ich dachte, man braucht gar keine Holzbretter, aber man braucht welche. Man kann hier... Warte, man kann hier sogar mehrere mitnehmen. Das heißt, man braucht auch nur eins. Sagst du, kann man cheaten? So. Nee, du kannst einfach immer das eine zurücknehmen und das andere nehmen. Oh nein, das ist umgefallen. Tja, Kollege. Das war nicht mein Problem jetzt. Jetzt aber hier, zack. Hey, ich hab den Weg blockiert. Easy, easy, easy. Was für den Weg blockiert? Weg da. Okay, jetzt geht's hier nach oben, oder was? Können wir jetzt hier direkt ausbrechen, oder was? Das leuchtet voll, die Sonne da oben. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn das? Oh mein Gott. So ein riesiger Roboter. Wie schießt Hühnchen? Oder Eier, ja. Hühnchen. Hühnchen bringt nichts. Ich muss die Eier schießen. Oh Gott. Oh Gott, ja, stimmt. Wow. Wow, warte auf da. Aua. Der Boss. Alter, hast du so einen krassen Roboter. Bobby Popel, Boss. Alter. Aua ab, Bobby. Guck mal, wie er das Ritz sitzt da oben. Was hat er jetzt? Was macht er da? Pupeller, oder was? Oh nein. Oh nein. Was macht er da? Der hat ein Schutzschild. Der hat ein Schutzschild. Ach so, das war ein Schutzschild. Nein, er springt. Nein. Er springt. Oh. Alter. Was macht er? Das geht bei ihm ab. Oh Gott. Los, und. Ich hab ihn fast. Letzter Schuss. Bam. Ich hab ihn fast. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Und. Bobby. Ja. Auf die Knie. Oh. Auf die Knie. Oh. Was? Okay. Bobby. Wir haben ja komplett hops genommen gerade. Sag mal. Und das Tor geht auf hier vorne. Guck mal. Oh. Das Tor geht auf. Aber ich schieße mit Eiern ab. Auf. Lass das. Lass das. Aber da steht ein Komm aus dem Gefängnis. Das heißt, wir müssen da vorne gleich hin. Ja. Wir müssen doch da vorne reinlaufen. Ich bin pro, wir bin oben. Ja. Ja. Ich bin auch oben. Gewinner. Und jetzt haben wir Sprungboost und Tempoboost. Das bedeutet. Wow. Warte, warum hab ich keinen Sprungboost? So, jetzt? Ja, haben wir doch oder? Haben wir doch Sprungboost, oder? Nö, geht nicht. Aber egal, wir können ja in die Freiheit laufen, Kaspar. Raus hier. Juhu. Entkommen. Das war's. 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 Wenn ihr von der Melodie möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt euch jedenfalls das Video aus. Einfach gerne draufklicken. Haut rein bis morgen. Ciao, ciao.